Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Runde CSGO mit Alex, Dalu Otter und Blatt, der Fehler. Voll der Random Typ, ey. Da war unser Yellow Ninja. Nicht weil die Rangen hat der. Was ist da euer Ninja? Was? War das euer Mate? Wo ihr mich ersetzt? Die Folge habt ihr nicht gesehen, weil wir haben 9-0 gewonnen und haben die Gegner surrendered. Da hatten wir Yellow Ninja als Random. Hat er zwar keine Motivation, hat aber alles gemacht. Ja, der war ganz gut mit der AWP. Einer Dropper runter. Ne, noch nicht. Bambam ist in der Luft gestoppt. Titanic. Ich höre aber noch mehr. Castle Bob. Oh, mach mal Boost. Mach mal Boost. Wer ist das? Er ist oben schon. Er guckt jetzt wahrscheinlich runter um zu finishen. Ja. Warum? Ja, aber er muss doch davon ausgehen, dass wir zu zweit sind. Weißt du was ich meine? Ich hasse diese Treppe. Wie so random einfach. Ich geh mal wieder zurück im Marsport, wenn die gerade zurück können. Oh, die Bombe ist da noch. Wer ist Low? Wer ist Low? Ja. Äh? Was ist Low? In der Luft hab ich ihnen angefangen. Jawohl, ja. Die Treppe ist so scheiße da hinten am Ausgang. Ja, aber ein riesen Fehler an der Stelle ist halt, das da runter zu gucken, weil du musst davon ausgehen, dass immer noch beide da sind, weil ich hätte sonst gar nicht hochkommen können. Ja. Machen die doch aber immer so. Den Fehler machst du selber halt auch manchmal. Ja, aber dann muss ich, ich geh davon aus ich kill einen. Welchen Fehler? Alle da am Dropper? Wenn du Dropperboost machst. Ja. Und einer guckt oben rüber. Und dann spring ich immer runter und die meisten Leute gucken dann wieder, gucken runter um mich zu töten. Achso, ja. Irgendeiner muss mich ja hochgeboostet haben. Das heißt, es müssen ja zwei sein. Naja, klar. Ja, ich mach das auch gerne. Aber es ist dumm. Es ist A. Schon drauf? Nee, noch noch lang. Schon durch, ja. Loll. Aber nur einer. Noch einer Holz. Ja, langsam könntest du helfen, Alex. Noch einer Holz. Warte, du bist ein Bobo, ey. Was denn? Ich bin gestorben deswegen. Ich glaub, man hört ihn auf rechts. B. Stopper. Also schon Zwischengang. Ach, Kunin ist unten im Wasser kurz gewesen, ne? Das ist doch Bobo. Ja. Lässt sie da durch. Irgendeiner hat auch gesagt, die sind noch nicht durch. Und da stehen drei Leute schon Holz und schießen auf dich. Ja, dafür kann die schon nichts dafür, ne? Naja, der hot da. Ich wollte einfach auch mal entneifen. I'm sorry. Uh, Dalo spielt die M4A4? Ich hab immer noch nicht gewechselt. Willst du haben? Ja, da hat er ne schöne Waffe. Hat er da. Ne schöne Waffe. Loll. Ich hab meine hingefallen lassen. Oh, ich hab ein Auto-Pickup an. Das muss ich auch mal ein bisschen kriegen können, ey. Oh, 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 oh. Los. Rush mit, please. Dropper Rush, Leute. Jawoll. Wer ist das hier? Ich? Wo ist Bam Bam? Komm schon. Da ist doch keiner gerusht. Warum? Bam Bam. Warum? Ja, war auch der Plan, Alter. Aber ist nicht passiert wieder. Deine Nade hat getroffen. Irgendeinen. Warte. Hast du ne Smoke? Ne, ich hab bloß Moly. Okay. Kann dir aber durchflächen, wenn du Bock hast. Ja, mach mal. Hat der Bomber euch sicher irgendwo schon gesehen? Nein. Okay. Dann bleib ich mal noch auf dem Spot hinten. Okay. Throwing fire. Aua. Jetzt haben wir die Bomber hier. Ich will hier nicht durchreffen. Ich hab die Bomber, okay. Der letzte ist, äh, Dragon Lore. 12 AP. Boah. Bin ich das jetzt mal schnell umgeändert? Äh, nein. War halt zu ruhig. Nein, das wollte ich. Jetzt brauch ich. Ja, jetzt brauch ich die A4, weil jetzt kommt der Dropper Rush. Oh, wo war das denn? Was denn? Was denn? Ich muss gleich nochmal suchen. Ja, das ist Auto Pickup. Ich weiß nicht, wo das steht unter Spieloption. Achso. Switch. Switch. Warte. Autos. Weiß es nicht sogar Swap? Autoswap? Oder sowas. Swappen? Nee, Switch. Nee, Swappen ist es nicht, Alter. Swappen. Switch. Swappen. Lethal Swappen. War das meine HE? Oh, jetzt Mollin. Oh, jetzt kommen die Nades im Dropper. Bin mal gespannt. Ich versuche immer noch gerne neue Sachen zu lernen. Wieso nicht? Du kannst es ja jederzeit ausdenken. Weißt du, also... Vielleicht gibt es eine richtig tricky Flash. Der hat es dir da blöd liegen, die ich noch nicht gesehen habe. Wie sieht es aus, Kondern? Hast du was gesehen? Nö. Keine Ahnung. A kommt auch nicht schlecht. Geht's B. Nee, ist auch nichts. Bei B. Ja, danke. Ja, doch. Wir boosten nochmal, hä? Flash. Ja, B ist was. Aber nur einen gesehen. Ich flash doch mal drüber. Der ist nicht mehr da. Flash bei mir raus. Der eine... ...in der Base-Loch. Da ist einer. Hier mit unten. Einer war's. Oh, Morten hat mir gegeben. Ich bin down auf dem A-Spot. Ja. Mann! Er ist schon close bei mir an der Doppel-Door. Also Tür. War das der? Nee. Scheiße. Nein. Oh. Nee, ich push den. Ich push den mit dem Messer. Der ist einfach weg. Jetzt haben sie wieder Waffen, ne? Obwohl, ne. Die haben gekauft. Ja, ja, ja. Wir machen den Early. Die kaufen einfach jede Runde. M4 liegt. Auch keine. Oder? Ich wechsle gerne. Außer die Russian Dropper. Da haben wir die Sau, dass du mir zugeworfen hast. Ja. Komplett rational. Ähm, vor B. Ganz viele Windows kaputt gemacht, ja. Flush B. Warum denn? Nicht durch ne Smoke, alter. Außer mit nem Taser. Das könnte klappen. Grenade out. So ein Blind Shot. Oder ne Shotgun. Meiner. Gitt ihn an. Was war denn das für Molly? Lauf wir zurück gerade, gell? Ja. Hätte eigentlich gar, dass du den hast da oben Kunden dann. Ja, habe ich ja auch. Aber erst im zweiten Versuch. Oh, die haben nicht gekauft tatsächlich. Ja, das war ja okay, dass die nicht gekauft haben. Das war ja richtig. Also die müssen halt mal alle mit ner Waffe kommen. Ich weiß, also ich glaub der Commander verliert mit Absicht. Also unabhängig jetzt davon, wir müssen ja trotzdem vielleicht irgendwo AK oder sowas sein. Ähm. Es macht keinen Sinn, was er tut. Also das ist halt Quatsch. Es wirkt so, als wenn er einfach nur down gehen will. Wir spielen bestimmt Musik. Ich spiel. Ah, dann. Ja, okay, mein Spray hat nicht getroffen. Ja, okay, mein Spray hat nicht getroffen. Ich komme auch zurück. Matrix könnte schon drin sein. Ja, ich bin ein Stück zurückgegangen. Oh, oh. Wo steht der Waffe? Ich bin geil. Da kommt was man will. Unbe down Water. Ich hab sogar geprefired. What the hell. Down aber. Noch einer. Ich verbrenn fast in meinem eigenen Mutti. Was? Den selbst machen? B ist sauber bis jetzt. Wann war dem Drob? ich hab jetzt zwei orbs liegen ja wo war das letzte mal ja ist titanik ich habe gar nicht mehr gesehen der muss irgendwo bei euch da sein ja oben ich hab ne abe mitgenommen braucht die jemand oder haben wir noch abe ich hab sie nicht mehr dabei haben kein call bevor wir jetzt drei abe spielen wir haben ich hab cash lustigerweise habe ich kein cash sterbe ich so oft ja ich bin zwar mal gestorben ich bin mit der full flash ich bin down glaube ich ich bin nicht down weil ich full flash den einfach gebe kommt da noch mehr jetzt irgendwo jaja oh lol was machen die denn das kann doch nicht sein was ist denn da zwei leute und eine water ja water sind noch zwei und hin hierüber sind noch nicht oben und das noch helfen wir machen ja ich kann erinnern nicht um alex einer selbst los kommt sie raus jetzt Letzter Kevin Egg, Alter, Alex ist Calls, ja. Das was, ich hab gar nicht gecallt. Einer ist rechts close, war die Aussage, Alex. Was? Der war doch der, der die nur gespielt hat, der Erste. Nein, der war schon tot. So. Ich hätte wieder eine abzunehmen. Nein. Doch, ich will die A4. Das ist also CS, ja? 2008 Film. Das ist ein interessantes Game. Das ist schon schön, aber auch hier würde ich mir so ein bisschen mehr Performance, wie sag ich das, so eine kleine Überarbeitung. Gib dem, oh scheiße, Dropper Flash, ich stehe drunter gesprungen. Nein, nein, nein. Was ist denn dann auf dem Holz gelandet? Mach mal Boost. I want Kills, ich Flash lang einmal, nicht. Was denn jetzt? Ich stehe oben mit dem Messer, wenn einer Dropper kommt. Den hast du verdient dafür, ey. Noch einer lang, glaube ich. Der letzte? Ja, noch einer lang. Ja, noch einer lang. Wo denn? Ja, eventuell. Regenlore. Der bleibt doch einfach stehen. Er hat sich echt nicht bewegt. Ah, der ist ja stehen geblieben, oder was? Ja, er stand. Ich konnte ihn mal wieder aus der Ecke rauspicken und neu schießen, so ungefähr. Was machen die denn Gegner? Das kann doch nicht sein. Die sollen sich mal anstrengen hier. Kommt zu nix. Heute spielt Middle Water mit einer MGE. Ah, ne. Doch, MGE. Da guck dir mal den Möbel an. Was hatten wir denn gerade für ein Thema gehabt? Achso, genau. Ich würde mir so eine Auffrischung da wünschen, Alter. Dass das Spiel mit mehr als auf zwei Kern läuft und so, weißt du? Wenn man 300.000 Flames hat. Wenn man 3.000 Flames hat. Wenn man 3.000 Flames hat. Genau, aber auch vor A auf jeden Fall. Items get down. Ja, jetzt haben sie mindestens einen Shotgun genommen. Dann spielt uns doch rein. Aber... Ich will seinen Chaos auch nicht haben, oder? Nicht so nice zu springen. Titanic 2. Titanic 2. Ich flash für Alex. Ich bin gesmoked. Ich bin gesmoked. Oh Gott, ich bin dem momentan runtergerutscht. Und wir ist vor B down. Ah. Noch einer. Einer ist oben drauf auf dem Holz da. Hey, auf dem Holz. Wo kommt ihr denn da her? Der auf dem Holz ist schon tot. Scheiße. Warum geben denn die meisten Leute ihre Handynummer nicht an und suchen Prime? Ja, also jetzt mal ernst. Du kannst Prime halt nur ab Level 23 suchen, gah? Ja, warum sitzt man? Als Casual Gamer. Das Spiel ist doch schon seit 8 Jahren draußen, alter. Langsam soll er mal Level 23 sein, ne? Es gibt ja... Es gibt aber auch Leute... Ja, Maru ist auch keine Level 23. Ja, aber Maru hat bestimmt auch einen Smurf, oder nicht? Nee. Er ist mit seinem Main unterwegs. Ich glaube nicht. Das war das Spiel. Ich hab's doch auch nach 18 Uhr, ey. Das ist ganz geil. Es gibt einfach Leute, die nicht so regelmäßig spielen. Ja, dann sollen sie sich bei Valve bestellen, nicht bei den Smurfern. Das war die Verantwortung übernehmen. Die sind Verantwortung im Online-Spiel. Damals gab es keine Ränge. Ja, da hast du gespielt, was du bekommen hast als Gegner. Da wurde nicht rumgeheult. Die sind auch hier, wo die Bombe liegt tatsächlich. Ja, da wurde nicht rumgeheult. Da wurde halt wegen den Rängen rumgeheult. Okay, vor Tracking, low. Er steht vor mir in den Spok... Puhhhh. Hast du das? Ich kann nicht mehr zeigen. LOL. Ich war mir sicher immer tot. Komm, 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 komm. Oh, get right, Alex, Alter. Get low, Alter. Jetzt hast du wieder... Items stirbt jetzt noch. Ja, Grundring, geh mal rechts. Schuck bei Items. Er stirbt jetzt. Alex, geh mal rechts jetzt rum. Direkt rechts in der Ecke steht er. Direkt rechts in der Ecke steht er. Also hier meinst du? Der ist gerade an mir vorbeigelaufen, überlang dann. Oder? Keine Ahnung. Ich dachte, er war oben in der Mitte gewesen. Ich habe einen oben gehört, aber ich habe mir das nicht denken können. Wer ist dein letzter? Commander bitte? Nee, bam bam. Bam bam. Oh, auf B ist er drauf, oder? Das bin ich. Nee, das war blau, ne? Er ist A, sagt er. Er ist einfach Titanic. So viel dazu, dass du das warst, ja? Ich bin doch hier rumgelarcht. Ich bin hier die ganze Zeit rumgelarcht. Oh ja. Er muss aus Dropper rausgekommen sein, auf jeden Fall. Oder über A sogar lang. Ja, er ist bei Alarm. Es war mir vorbei, als ich vorgepusht bin zu dragen. Jetzt die ganze Zeit, Mick Seven. Dropper boost Alex, ich push mit AWP durch. Und das wird doch Runde wieder auf 16.000 sein. Aber mit den Nate. Das hat weh, ey. Mit da oben ist einer. Wo? Oh ja. 90. Hast du was gesehen da oben überhaupt? Achso, aber einen hast du da ab, ja. Reported you. Ah, da steht Dragon Law. Wo sind denn? Warte mal. Ah, okay. Aber da hat den. Hast du es gesehen? Ne, gehört aber. Also ich hab den Punkt in den Fallzeichen auf der Web gesehen, ja. Der ist aber geflogen, ey. Von mir kommen sie. Wo ist bei dir? Titanic. Ja, Titanic. Aber wir sind. Aber wir sind. Also ich hör hier Hold Steps. Und der hat eine AWP, ne? Der kann sich nicht anstrengen. Mit einer 6-Zelle. Hat bloß mal 94 HP. War es ein oder zwei? Genau. Ah, zwei. Erinnernd müsste noch Spot sein. Oh. Der Schuss kam nicht mehr an, obwohl er noch gehört war. Nein! Nein! Das ist auch recht nicht schlimm bei dem Spiel, ne? Du hörst deinen eigenen Schuss, aber der ist nicht rausgegangen offiziell. Ja, das ist aber dann, ja in der Hinsicht richtig. Du warst ja in dem Moment schon tot. Du hast ja nicht geschossen. Na, die Kugel fliegen halt nicht weiter, ne? Also es gibt ja keine Kugeln, aber der Schuss ist halt weg. Warte mal, es gibt keine Bullet Time. Naja, wenn du deinen Schuss hörst, äh, da gibt es halt eine Verzögerung, ne? Vom Sound und... ...was auch passiert dann. Hui! Wäre immer interessant, wie es Counter-Strike wäre mit Bullet Time tatsächlich. Bitte! Oh, was? Was ist denn jetzt los? Wir sind beide tot. Titanic war auf jeden Fall auch was. Er hat bloß ne Nova. Boah, bin ich. Komm! Hast du gesehen, wo ich ihn gekillt hab? Also bei meinem Internet wieder... Kevin... ...er war schon bei mir lange rum... ... 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 Keiner bei mir. Geht zu Dragon Law. Den Low Bob geholt. Von der Shotgun. Nein, meine Smoke ist voll gekümmert. Die waren noch Dragon Law, die könnten nie bei alle hingehen. Ich hab Freunde bei Wood. Loll! 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 Hör doch auf die Bombe. Boah, ist das ätzend. Ich spray da rein und drück den Header. Ach man, er ist immer halt da, wo ihr nicht deckt. Was macht ihr denn da immer? Wie ist denn die Bombe hier? Diese anderen sind bei der Bombe. Also der muss da irgendwann rausgekommen sein. Wo raus? In der Dropper. Ich hab ihn nicht gekriegt. Ich war tot schon. Ja, aber ist noch jemand drüber gelaufen, oder nicht? Der war Balconys letzte Mal. Ja, klar war er Balcony. Echt? Gut. Ich hab ihn nicht mehr. Oh, schön. Oh, die Schütte. Hässlicher AK. 0-1. Oh, jetzt spielen wir hier mal die richtigen Waffen, ja? Ja, was spielen wir denn jetzt? Hier. Die Farmers. Nee, danke. Ich bin satt. Kunram. Hat heute schon ne Auto-Tracker. Die war lecker genug. Boah, diese Waffen-Sounds ey. Das hört sich an, als ob die aus Plastik wäre, die Farmers. Bist du wahrscheinlich auch im echten Nehmer. Doch, das bitte für ne Flash, hä? Ja, das ist ein Bug. In der Base wurde einer von denen geflasht. Ich wurde nicht geflasht, aber. Gegner aber. B ist komplett leise bis jetzt. Nee, jetzt kommt was B. Er ist wegen der Flash am Anfang. Bei denen geflasht halt. Ja. Ist halt so. Na klar, sagt noch gar nichts. Die musste gezielt werfen, ist die ganze T-Base blind. Die gesamte Runde dann vor allem. Ein toller halt auch. Das ist der positive Teil. Nee, wir müssen Alex das Ace versauen. Nein, der kommt proper. Sonne Sau. Die Farmers muss noch spielen können. Ich hatte überlegt, ob ich Alex da schieße, aber ich dachte... Letzte Runde. Ich hab den halt leider auf der Mini-Map über mir langlaufen sehen. Gleich geht es nochmal. Was machen wir jetzt für eine Taktik? Wir müssen auch gleich ein Timeout nehmen, damit wir Taktikgespräche machen können. Können wir eigentlich vor der Runde jetzt machen müssen. Nein. Warum? Einer kommt wieder Dropper, Dalu? Glaube nicht. Doch, doch, da kommen zwei Leute noch. Zwei sind oben, ist was. Was? Alter! Der Dropper ist schon unten. Ist schon unten. Beide. Oh Gott. Ich hätte vielleicht erschießen sollen. Die Farmers, ey. Geile Waffe, ey. Wo warst du, Items? Dass er dich gekillt hat. Der hat mich nicht gekillt. Echt nicht? Das sind sogar Deutsche. Guck dir das mal an. Sogar Deutsche. Gute Hälfte. Richard hat das geschrieben, ne? Ja, ja. Wir müssen hier... Leracroft machen. Nein, nein. Naja, die Scheiße kauf ich nicht. Aber die sollen gar nicht so schlecht sein inzwischen, ne? Die Duels. Die Duels waren noch nie schlecht. Doch, die waren schon immer schlecht. Im Nebenbereich sind die abgegangen. Aber angeblich sollen die jetzt ja wirklich stark sein. Ach komm, Dropper raus, wa? Dropper Rush. Ja, wie die Profis. Das ist keine Sau, man. Die sind alle auf A. Das ist scheiße. Echt keine. Weg, Schmallecks. Hier wird gemessen. Viel Spaß. Ja, da kommt einer. Da kommt einer. Warte, ich bait ihn, okay? No. Einer ist Titanic. Einer ist schon Dropper. Da hin mit der Kopf. Ah! Was macht der? Titanic lebt noch. Gib mir mal. Gib mir deine Waffe. Wie hat er den einen Step gehört? Krass, ey. Alter. Ich hab ihn gerettet. Ja, ne. Eigentlich hätte er mich töten müssen. Ich hab nämlich schon gemessert. Er ist noch nicht gestorben. Jaka, du hast den eigentlich. Aber er wird sich umgedreht, ne? Ich hab ihn auch angemessert mit dem Rechtsklick, aber er hat überlebt. Oh, hier gibt's ja gar nicht sowas geiles wie die Farmers, ey. Ist doch die Galil und die sick sauer. Auf Silber 1 spielt man die Galil. Die ist da gut, wo die Duel-Berrenner sind. Ich liebe die Galil. Ich liebe den Silver Life. Oh, fuck. Hab ihn nicht gekriegt, Mann. Du hast ihn nicht gekriegt. Du bist ja am Lappen. Hallo. Was war's hier schon wieder, oder was? Soll ich mal die Bombe planten, oder soll ich sie nicht? Ah, komm, ich plante mal. Kostet ja nix. Fünf Titanic, nein. Der Titanic ist der letzte. Auf was für die Distanz war das denn, Alter? Ja, mein Ping-Bot, das der neu entschied. Nennt sich Unity Media für 70 Euro im Monat. Der hat auch sieben Schuss in seiner Pistole. Was ist das denn? Ach ja. Ja. Eine Lohnsverteintestition. Kostet ein Teser. Tesern. Ein Teser. Wir kleben ihn die Augen zu. Los! Und ich flash sie. Teser film. Okay. Gegner sind auch alle blind. Ja, der war blind. Vor allem, macht die ganze Zeit die Augen zu, wenn die Flash losgehen. Mann, der steht. Mein Kill. Den Kill kriegt der nie. Der hätte nicht gehabt. Nein, der hat doch nicht. Nein, du warst. Nein, du warst. Nein, du warst. Nein, das war dein Zeug. Der hätte nicht gehabt, oder? Ich hab dir... Du hast doch schon getasert. Du hast doch schon getasert, oder nicht? Einer ist lang. Ah! Oh, Alex choked jetzt. Oh, Alex. Einer hat noch zwei AP. Oh, Kostet. Nein, er hat nicht. Oh, 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 good aim. Noll. 2 AP, Dude. Samshot. Ist das doof, ey. Ich bin auf die Ranks gespannt. Geil, ich krieg ein Rebellum. Was da jetzt gerade eben ausgerechnet wurde. We are going to do this. Äh, guck mal an. Ja, das war eine neue Runde zuerst, wenn es euch gefallen hat. Like da lassen wir uns jetzt mal wieder. Und rein. Ihnen jetzt mal wiederholt euch weiterholt euch mal wieder. Ja, genau. 火anchые anerkier, los fifty NAP. Wir 6000 Teufels. Untertitelung des ZDF für funk, 2017